Willkommen zurück. Warum gehen die so durch die Gegend? So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt. Hast du das an für was? Ich würde auch... Kommt, die ist ein Level unter uns. Das könnte lustig werden. Breezeis. Was? Sie weiß nicht. Temier, vielleicht geschieht. Alter, hat die viel Schaden bekommen. Wenn ich das nochmal mache, ist die tot. Ähm... Wow. Nicht schlecht. Ich warte, bis die mich verloren hat. Ich versuche doch mal so einen Atemtag. Alter! Am besten vom Dach aus. Nee, es kann nur lustig werden. Ich bleib dir jetzt hinten dran. Ah! Nee! Der Tod kommt dich holen! Ah! 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 Oh, Zeremonienkolben. Nice, die habe ich ordentlich. Die hat ordentlich gebootet. So, sorry, war mir ein Daumen im Auge auch und wir haben uns wieder einen hochgearbeitet. Der nächste ist Kainos, Kainos, das lokaltische Monster, Titomos, den habe ich in einer Art Offscreen, da habe ich die mal getroffen und hier haben wir einen neuen Picsadoras, Picsodaras, der Knurreiche, Sophia, die Schimmernde, Breeze ist die Honiggebüste. Hier gibt es zwar auch Unentdeckte, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass da, obwohl es könnten welche entstehen, wenn ich halt, ich weiß nicht, gibt es irgendwann keine Söldner mehr? Es müsste doch immer Söldner geben. Naja, unser Ziel ist auf jeden Fall an A1, Beste zu sein. Der ist doch besser als das da. Kannst du mir nicht sagen. Also seltene Gegenstände, die würde ich auch nicht behalten. Also wenn ich da was episches habe, dann nutze ich das. Und wenn ich legendär habe, dann natürlich nur das. Ich weiß nicht, aber ich kann mich vom Kopfhaken mir sehr schwer trennen. Aber, um mich zu sehen. Hier ist Giftschaden auf. Wir lassen nochmal, ne? Noch. So, wollen wir jetzt das Haus unsicher machen? Ja. Luck scемся du runter. Dann muss ich hin. ich rot w Appen Weißt du? Probably tutti. But weißt du das. Und so schierst du fest. So, komm, da warte ich mit noch. Wir müssen nicht hier hinreisen, aber ich wäre dafür, wenn wir erstmal das da entdecken. Ich gehe erstmal so ein bisschen auf Pilgerreise, so ein bisschen entdecken. Mal gucken, was es da schon gibt. Wir haben ja einen harten Kampf gehabt. Wir haben doch noch auf Alptown, ne? Nicht, dass ich das mal kurz umgestellt habe. Nein, ich habe es nicht auf Screen umgestellt. Ich habe nochmal was getestet und es hat nicht bling gemacht, also war der Test unwirksam. Ja, alles was wir unterwegs sehen, mitnehmen, ne? Ah, Fichtisto! Das war mein 27. Mann, sie ist doch tot. Ne, ich hasse Wölfe. Das war mein 27. Das war mein 28. Das war mein 28. Mann, das war mein 28. Mann, das war mein 29. Mann, wir können so ein paar Mal das Kupfer mal vollziehen. Mann, wir können so ein paar Länge vornehmen. Was ist denn eigentlich, dass dieser Teil sich eigentlich mit der, ähm, mit der Assassin's Creed Reihe, äh, nicht beißt? Weil, ja, die ersten Menschen, die da waren, die haben ja sowas gemacht wie Jesus und so, oder keine Ahnung, Adam und Eva, obwohl, ach ne, das war ja noch vorher, ich bin dumm, ich hab, äh, vergesst, was ich gesagt hab, das war dumm. Das war mega dumm. Wo wollte ich noch mal hin? Dahin. Ich wurde getötet, auf dem Weg dahin stimmt. So dreckige Köter. Ne, ich kämpfe auch jetzt nicht mehr. Ich wurde auch schon von Wildschweinen getötet, deswegen ist, ist mein, ähm, Discount auch mittlerweile auch so hoch. Weil einfach, ich werde von Tieren getötet. Nicht von Menschen, sondern von Tieren, weil die Tiere sind unrechenbar, wenn man schon was irgendwas... Nein. Ach, fick dich doch, du Wolf! Wenn das ein Lager ist, wenn ich da durch, könnte ich mich um den Wolf kümmern. Ich bin da wirklich jetzt durch. Ich bin da wirklich durch. Ich kümmere mich um den Wolf. Ich kümmere mich um den Wolf. Willst du mich? Ich kümmere mich um den Wolf. Ich bin nicht gerochen, okay. Nein. Oh Gott, die haben Feuerpfeile. franchisee Programm. Die sieht mich doch nicht mehr, was denn? Ach, fick dich doch! Oh, so nervig. So. So. Anführerin der Jägerin töten. Ich war so weit weg, dass das nicht mehr gilt. Lol. Das ist auch noch was. Aber die ist doch tot. Die gilt aber wirklich nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Die Handführerin. Der hat noch nicht gezählt. Okay, der Ort ist doch abgeschlossen. Der hat es doch gezählt. Das Lager wird aber nicht mehr angezeigt. Hier ist noch eine deckte Ort. Ich muss da hin. Da ist noch eine Nebenmission. Sollen wir die erstmal machen? Obwohl wir müssen da hinbekommen. Wir machen die anderen Sachen nicht zu weit abschweifen. Echt nicht? Wo bin ich hier, dass ein Reit hier nicht verfügbar ist? Ja, geht doch. Über das Wasser kann mein Pferd doch, oder? Aber ja, es ist ein leichtes Gewässer. Oh. Es tut mir leid. Und das Herz? Nee. Oh Gott. Oh Gott, die haben mächtige Schilder. Wow. Oh, die ist auch mächtig. Was brauche ich denn hier? Kultistenwache unserer Schätzung. Oh Gott. Alter, bist du eine Grundkriegerin oder was? Äh, ich meine, Gerübel. Oh Gott, das war knapp. Alter, war die gut. Und Ort abgeschlossen. So, weiter geht die Reise. Und Wasser entlang. Aber natürlich mit meinem Traum. Was? Komm schon. Oh, was? Warte mal, neuen Ort. Ach ja. Stimmt. Das gilt ja auch als Ort. Da hat man bestimmt eine schöne Aussicht. Vielen Dank.